Muss ich Steuern nachzahlen, wenn ich als Rentner weiter arbeite? Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Wir erhalten auf RentenBescheid24.de ganz, ganz viele Anfragen zum Thema Rente und Steuern. Oder wie hoch ist eventuell meine Einkommenssteuer, wenn ich neben der Rente noch weiter arbeite? Was muss ich da beachten? Das Kernproblem bei dieser doch so pauschalen Fragestellung ist, dass man an sich eigentlich nur eine individuelle Lösung anbieten kann. Das heißt also, auf so eine pauschale Frage, muss ich als Rentner Steuern zahlen, wenn ich weiter arbeite oder nachzahlen, kann ich immer nur sagen, ja, es könnte sein, nein, es könnte nicht so sein oder vielleicht. Und letzten Endes ist es eine individuelle Betrachtungsweise. Was ich Ihnen aber hundertprozentig sagen kann, ist, dass wir hier zweierlei Paar Schuhe haben. Wir haben einmal das Renteneinkommen und wir haben einmal das Lohneinkommen. Wenn wir davon ausgehen, dass Sie zum Beispiel nur auf der Geringfügigkeitsebene weiterarbeiten neben der Rente, dann müssen Sie keine Steuern zahlen, weil Ihr Arbeitgeber schon pauschal Lohnsteuer auf dem Minijob abführt. Wenn Sie aber über der Geringfügigkeitsgrenze darüber hinaus verdienen, also ganz normal weiterverdienen, meinetwegen 15, 20, 30.000 Euro im Jahr neben der Rente, dann muss man natürlich ganz genau rechnen und schauen, müssen Sie Steuern zahlen oder nicht. Auf das Lohneinkommen über der Geringfügigkeitsgrenze werden ja schon Steuern erhoben. Das heißt also, Ihr Lohnsteuereinkommen oder Ihr Lohneinkommen wird ja schon sozusagen versteuert. Sie bekommen ja Ihr Nettoeinkommen abzüglich, also vom Bruttoeinkommen abzüglich Kranken- und Pflegebeiträge und andere Sozialbeiträge werden ja auch noch die Lohnsteuern abgezogen. Also ist das Lohneinkommen im Grundsatz, wenn Sie als Rentner arbeiten, gar nicht Ihr Problem, sondern Ihr Problem ist das Renteneinkommen. Das Renteneinkommen wiederum muss auch individuell betrachtet werden. Was bleibt dann nachher zum Schluss nach Abzug aller abzugsfähigen Kosten und Posten im steuerrechtlichen Sinne dann übrig? Also das sind zum Beispiel der individuelle Steuerfreibetrag, ab dem Jahr, ab dem Ihr Renten beginnt, wird der sozusagen aus Ihrer Brutto-Jahresrente errechnet. Das ist ein feststehender Betrag abzüglich Kranken- und Pflegebeiträge, abzüglich von Pauschbeträgen. Was bleibt dann an zu versteuernden Einkommen übrig? Und wenn man jetzt zum Beispiel davon ausgeht, dass Sie vielleicht eine Rente von 15.000 Euro brutto im Jahr haben und gehen noch weiter arbeiten mit 30.000 Euro brutto, dann haben Sie sozusagen hier zwei Blöcke, die Sie unterschiedlich oder individuell betrachten müssen und führen aus diesen beiden Einkommensblöcken ein zu versteuerndes Einkommen herbei. Und wenn Sie genau dieses eine zu versteuernde Einkommen haben, dann wissen Sie ganz genau nach den entsprechenden Steuertabellen, wie viel Einkommenssteuer Sie noch zusätzlich bezahlen müssen. Das heißt also, wir haben einen Gesamtsteuerbetrag, davon werden schon die vorausgezahlten Lohnsteuern abgezogen und dann bleibt noch ein Betrag X übrig, was Sie ans Finanzamt abführen müssen. Mein Credo bei der ganzen Geschichte ist immer folgendes. Ich rate Ihnen als allererstes, damit es sich auch wirklich für Sie lohnt, weiterzuarbeiten. Gehen Sie zum Steuerberater, gehen Sie zum Lohnsteuerhilfeverein oder nutzen Sie unser Berechnungspaket und prüfen Sie einfach mal, was passiert in folgender Konstellation. Und dann nehmen Sie Ihre Konstellation und lassen das einfach mal berechnen. Und dann werden Sie einfach sehen, was bleibt nachher zum Schluss als wirklich echtes Nettoeinkommen übrig. Denn ein Problem haben Sie immer. Ihre Rente, die Sie bekommen, die kriegen Sie als Nettorente ausgezahlt, aber immer vor Steuern. Das heißt also, die deutsche Rentenversicherung oder deren Rentenversicherungsträger werden definitiv von Ihrer Rente keine Einkommenssteuer abziehen. Das dürfen die gar nicht, sondern das wird erst ein Jahr später erfolgen in der Steuererklärung. Deshalb rate ich Ihnen auch da, wenn Sie diesen Schritt gehen wollen, legen Sie sich bitte Geld zurück. Legen Sie es vielleicht als Tagesgeld an, damit Sie dann nicht das böse Erwachen bekommen und Ihnen bei der Steuererklärung ein Jahr später sozusagen das Finanzamt sehr viel Geld in Rechnung stellt. Aber auch hier noch Folgendes, damit das auch klar ist. Ich höre öfters mal so diesen Spruch, ja, dann bleibt ja von meinem gesamten Renteneinkommen gar nichts mehr übrig, weil ich das alles dem Finanzamt geben muss. Das macht ja doch keinen Sinn. Also das stimmt so nicht, meine Damen und Herren. Wenn Sie also jetzt zum Beispiel 1.000 Euro Nettorente haben, dann müssen Sie bitte nicht 1.000 Euro Nettorente dafür zurücklegen, dass Sie neben der Rente noch ganz normal arbeiten und das Renteneinkommen als gesamt zu versteuerndes Einkommen besteuert wird. Also dieser Besteuerungsanteil in dieser Größenordnung, das habe ich so in meiner Praxis noch nie gesehen. Aber ich kann nur empfehlen, zwei Dinge. Erstens Geld zurücklegen oder Sie gehen zum Finanzamt und lassen sich im Falle, Sie wollen neben dem Rentenbezug noch weiterarbeiten, einfach eine Einkommensteuervorauszahlung vorgeben. Und diese zahlen Sie dann im Quartal. Aber auch hier gibt es ein kleines Problem auf die Einkommensteuervorauszahlung. Das ist sozusagen ein zinsloses Darlehen, was Sie dem Staat geben. Kriegen Sie leider keine Zinsen. Also deshalb hier vielleicht ein bisschen aufpassen und überlegen, ob man sich dann doch nicht lieber ganz diszipliniert jeden Monat ein bisschen Geld zurücklegt und dann ein Jahr später die Einkommensteuererklärung macht und das Geld einfach dem Finanzamt dann überweist. Also meine Damen und Herren, pauschale Antwort kann man gar nicht geben. Man kann immer nur sagen, ja, nein, vielleicht. Ich weiß es nicht. Sie müssen bitte hier individuell einfach mit Ihrem Steuerberater oder Sie setzen sich hin und holen sich ein gutes Steuerberechnungsprogramm. Kann man auch gute Vorausberechnungen machen oder aber Sie nutzen auch das Angebot von Lohnsteuerhilfevereinen oder gucken einfach auf rentenbescheid24.de. Wir bieten da auch eine Steuervorausberechnung an und dann können Sie ungefähr wissen und ungefähr sehen, was dann steuerrechtlich als Einkommensteuer auf Sie zukommt. Aber auch eines ist klar, wenn Ihr zu versteuerndes Einkommen aus beiden Töpfen zusammen nicht höher ist als der jeweils geltende Grundfreibetrag, müssen Sie keine Einkommensteuer zahlen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.